So, ich lass ein bisschen weiter laufen. Mal gucken, ob noch was kommt. Aber ich buche auch raus. Mal schauen, ob wir hier auch mal Freispiele sehen oder das Glücksart. Mal schauen, ob wir hier auch mal schauen. Auf jeden Fall kann man in den Freispielen was auswählen. Ich hoffe die haben Erklärbilder dabei, was Trailing Wilds ist. Ich habe mir jetzt gerade nichts. Können wir überhaupt mal sehen. Aber hier passiert überhaupt nichts bei dem Spiel. Man muss das draufsteigen. Wir sehen uns beim Taktik-Pack. Das Zahnarzt wird alles gekang. Es gibt einen Taktik-Pack. Das Zahnarzt wird alles gut und ist ein Taktik-Pack. Die Zahnarzt wird alles gut. Die Zahnarzt wird alles gut gefallen. Als Ziel hat es nur ein Taktik-Pack. Wenn der Massaum war, dann machen wir einfach mal die Zahnarzt. tja, zieht fleißig runter das Spiel. Ich glaube, ich wechsle gleich mal. Na gut, wechseln wir mal. Rayleigh Dakar, ach, Rayleigh Dakar. Schauen wir uns das mal an. Tappen mal an. Tappen mal an. Tappen mal an. Tappen mal an. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Passiert wohl leider nicht mehr sehr viel Pass mal auf 30 Cent, vielleicht kommt da was Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielleicht reicht es ja auch mal die Freispiele zu sehen Aber irgendwie kommen die Skatter hier sehr selten, habe ich einen Eindruck Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ne, da probiere ich lieber nochmal was anderes aus. Bis dann. So, was ich auch noch nicht gespielt hatte, war Duck Shooter. Duck Shooter. Jetzt machen wir es mal auf 30 Linien. Was hier wie Fishing Fancy, nur mit 4 Symbolen auf einer Walze. Und ein bisschen abgewandelt. Oder wie La Dolce Vita halte so ähnlich. Das ist ein bisschen abgehakt. Das ist ein bisschen abgehakt. So, das ist ein bisschen abgehakt. So, wie auch noch die Schleifung? Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt will der Palermo nicht mehr so richtig. Das war's für heute. Das war's für heute. Schade, dass die freie Spiele nicht kommen. Das war's für heute. Kann man nix machen. Ja klar, 10 Cent. Na ja, das sehen wir so zumindest mal. Ja, gar nicht. Das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ich hab' ja die meisten neuen Spiele mal gesehen. Ich spiel' hierzu noch was, was mir gefallen hat. Hier könnt ihr ja wieder mit zuschauen. Ich sag' mal bis gleich. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute.